Genau suchst du für meine Freundin. Ein bisschen betrunken labern im Discord und ich kriege eine ab. Also bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT. Oh scheiße, du nimmst sie auf. Oh je. Also Kinder, Alkohol ist schlecht, ne? Also Leute, ihr habt alle mitbekommen, ne? Mit einer Runde Alkohol kriegt jeder eine ab. Oder einen. Wir haben ja noch ein paar Single-Männer am Start, Mädels. Oh scheiße, nein. Genau, wer so noch auf der Suche ist, hinterlasst einen Kommentar, schreibt eine Nachricht. Wir machen euch was klar. Kevin ist noch zu haben. Ich darf auch Züten küssen, ihr könnt euch auch bei mir melden, ne? Kevin ist noch zu haben, 90, 60, 90. Uns andere Beine auch. Er kann auch tanzen. Merk ab, geht schneller. Wenn der Thriller-Gun abschießt, ja. Oh, die Katze liegt aber schön dran, oder Kevin? Hm, hm. Ich war, ich bin dort. Du bist grad bei mir vorbeigelaufen, Kevin. Also bitte. Nein, Tobi, nein. Tobi ist Traitor. Nein. Ah, wie hat das schon gesagt, darf ich dich erschießen? Wieso geht die Tür nicht auf? Darf ich dich erschießen, weil du Traitor bist? Nein. Wieso bist du Traitor? Nein, du bist Traitor. Nein, du. Guck mal, wenn du hier, wenn du hier auf die rote Hand drückst, dann wird der Pool elektrisiert. Ich hab Kroos erschaffen. Warte, warte. Warte, warte. Und dann liebe ich auch nicht, weil das andere Tript kommt. Komm, Sally, los. Rücken, komm. Oh, Heilige. Los, Sally, los. Hier sind Kinder ein bisschen. Boah, Gott, da. Ah, 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 ah. Okay. Wissen Sie, wenn Kinder schlafen? Wenn du so einen Kinder den Stream aufmachen, ne? Ich sehe, Gott sei Dank, du kannst streamen, ist ein Video. Das heißt, ihr könnt wegklicken. Und die sind alle markiert auf mit Ü18. Sehr lieblich auf Traitor-Suche. Sehr, sehr apparaft von dir. Ja. Okay. Wir gehen jetzt auf Traitor-Suche. Also Leute, falls ich bald nichts mehr sage, dann hat der liebe Toni mich getötet. Simi, ich hab ein Geschenk für dich. Wo bist du? Nein. Das ist eine Katze. Ja, die ist voll süß, wenn du sie nimmst. Sie wacht und wenn du dann erdrückst. Nimm die Katze. Komm schon, nimm sie. Was auch? Guck. Sie steht drauf. Und dann? Miau, streichel, streichel. Ja, da sehe ich nichts von. Hi, Matthias. Ich warte, musst du sie mal nehmen. Hey, du hast schon meine Munition geklaut. Ich hab die Katzenkatze. Das machst du nicht. Aber hast du sie auch schon gestreichelt? Ja, los komm mit. Okay. Ich werde es bestimmt bereuen, aber okay. Wenn ich sterbe, dann ist es silly. Also nur, dass du das Bescheid wissen. Silly? Silly. Silly scharf. Silly, scharf. Sag mir doch, dass es nicht weiter geht. Es geht da nicht weiter. Oh, dankeschön. Wie soll es das sagen? Einmal Monkey angetroffen und dann hat sich's. Bin ich hier? Oh, ich habe hier eine Katze. Komm ich hier raus. Wer ist da? Da ist er. Marco! Oh, hier gibt es einen Kleidernaden. Oh Gott, zum Teufel. Wie komme ich aus dem scheiß Schiff wieder raus? Ja, schau ich mich auch gerade. Das ist wahrscheinlich Marco Polo. Nee, Marco Krasa, aber Marco Polo wäre echt klar. Oha, das war jetzt aber ziemlich knapp. Monkey wollte mich gerade erschießen und konnte es nicht machen, weil Tobi mir vorbeigelaufen ist. Ja, klar. Ich hab zwei Leute. Komm, ich konnte Gedanken lesen, hm? Äh, Silly, wo bist du? Ich bin weggegangen, es wird zu heiß da. Ach da. Ich sag dir nach, warum verfolgt ihr mich? Hallo? Geht, geht mal weg, holt euch nicht. Die verfolgen nicht dich. Oh, die verfolgen nicht. Silly, ich hab was dir getan. Silly, ich hab was dir getan. Silly, ich hab lieber. Hey, Nalle. Nalle ist da. Nalle ist traitor, der hat keine Nase halt im Klo. Nalle ist traitor, der hat keine Nase. Ich hab gute Erfahrungen mit dem Klo hier gemacht. Er hat vor kleiner Nase die Tür zu machen, aber... Ach, Moment hier, ich zeig's dir. So geht's. Geht doch nicht. Ist hier nicht irgendwo auch Tabin? Okay, raust du das mal ab? Okay. Danke. Da gibt's Richtung, äh, Foyer, Eingang vom Schiff, gibt's so'n, äh, so'ne Royal Street. Hi, 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 hi. Eine Royal Street gibt es da. Es gibt mehrere Royal Street. Die hat sich zu groß. Die haben den Bart und Klo für sich selbst. T-t-t-t-t-t-t. Ach so, was ist das auch so, Leute? Hier ist dein Klo. Ja, nee. Guck mal, mal ein bisschen Geld abheben. Bip, 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 bip. Geh mal Schritt zur Seite. Geh mal Schritt zur Seite. Bip, 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 bip. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt man eher an Geld. Warum ist denn der Geldautomat direkt neben dem Knast? Da wurde geschossen. Schaf hat geschossen. Schaf hat, äh, äh, Kevin getötet. Boah, voll das Mädchenzimmer hier. Oh, leider bin ich noch krumm. Ich bin kein Schaf mehr. Hui, hui, ich bin in Zimmer 9. Glaube ich. Ja, ich bin Zimmer 9. Alles klar. Einmal Eintritt zahlen. Eintritt zahlen? Kannst du Eintritt für mich nehmen? Ja. Guckt, ein wildes Schaf. Also, habt Spaß jetzt. Nee, komm, wir gucken mal, ob es noch schönere Zimmer gibt. Ich finde das Zimmer nicht so schön. Das geht nicht auf. Das geht auch nicht auf. Ich will die Suite haben, Kevin. Lass uns die Suite suchen. Okay. Da kannst du auch mehr Geld verlangen. Zimmer 8. Zimmer 8. Falsche. Oh, guck mal, mit einem rosa Hundebett. Aber das ist auch so klein. Schaf, ich hab dein Zimmer gefunden. Ja? Wo denn? Du musst in den obersten Stock kommen, da ist die Küche. Wow. Witzig. Der hat da schon wieder geschossen. Das ist kein schönes Zimmer. Das ist doch niedlich für zwei, oder ne? Ja, das ist niedlich für zwei. Das sind getrennte Betten. Das ist wirklich da. Oh! Ne, das ist auch, das ist auch doof. Das ist... Hier, hier ist noch ein Zimmer. Es ist ein Klo. Irgendwo war hier die Suite. Ich bin hier sicher, dass hier eine Suite war. Da sind die jetzt schon wieder hin? Hm, genau da sind dann rechts. Hallo? Also nicht weiter haben, noch eine Minute, ne? Rezeption, hallo? Hallo? Ich hätte bitte gern ein Zimmer. Bitteschön. Wer hat sich gerade erschossen? Oh, oh Gott, nein! Ich hab mit Kevin gere... Er war auch Traitor. Okay. Kein Problem. Sorry, dass ich dich erschossen hab. Ich hab eigentlich mit Kevin gerechnet, aber... Ja, naja. Nein, das ist jetzt Traitor, oder was? Nee. Ich hab grad einen Traitor getötet. Ach so, okay. Wer ist denn jetzt noch Traitor? Wer ist denn noch drinne? Kevin. Lenite. Nee, ich bin kein Traitor. Der hat irgendwo was gelacht, als du scharf erschossen hast. Sein Quatsch? Der Druide, ja? Der Druide. Nein, 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 denn Voldemort. Das Problem ist... Ja, du bist Voldemort. Na dann. Ja gut, ja, eh noch 20 Sekunden, also von daher... Ja, ich bin ja nicht Traitor, das ist alles gut. Ach man, das funktioniert auch nicht. Bei Overtime, glaub ich ein bisschen, weil er hat ja scharf getötet. Nee, hab ich nicht. Ja, wenn's gleich Overtime gibt, hat er scharf getötet. Mhm. Ja, Halleluja. Er hat scharf getötet. Siehme, bist du groß. Wer war's nun? Ja, was ich gesagt hab. Ich und Matthias. Der Druide, ja. Ah, der Druide und Monkey. Und Monkey hab ich aus Versehen erschossen, also das tut mir echt leid, aber... Aus Versehen. Nee, der kam um die Ecke, wo ich nen Schuss gehört hab und ich hab irgendwie überreagiert. Was, nen Headshot. Nostrad. Alles klar. Aber die Map ist wirklich zu gross oder so wenig Leute. Bisschen. Wow. Was zur... Heilandsack nochmal. Oh Mann. Ja. BTF? Waren die noch am Start? Sie könnten mich gerne chatten. War er's jetzt? Ja. Was war'n jetzt los? Was habt ihr denn? Hallo? Ja, Nalle hat Monkey geschrien und Nalle redet nicht mehr. Hier liegt Tobi, hier liegt Monkey. Was ist der fuck? Ähm. Wo denn? Äh. Ja. Fuck ey! Ja! Läuft Kevin! Hast du gut gemacht! Bei mir war's nur fair. Ich hab so keinen Bock mehr auf Archer. Sieht nicht an Archer, Simi. Ich kann 200 Schüsse abgeben und der liegt gleich auf dem Boden. Das war vorhin bei Nalle ja auch schon. Das liegt ja trotzdem nicht an Archer. Der Typ ist ein Kugelmagnet. Mhm. Das liegt eher an dir. Ja. Mhm. Wir schießen einfach so gern auf dich. Ja, das ist mir bewusst. Haha. Aber ich wusste gar nicht, dass du noch Wilde Party wärst. Ja. Ja. Ich hab immerhin auch noch eingetötet. Ist doch was, oder nicht? Ja. Aber ich kam so eine Rechte. Ach! Ich hab die Suite gefunden. Wilde Party. Weil die Maschine so groß ist. Aber Matthias? Wer bist du? Wer bist du? Nein, warst du gerade im Shop. Oh, Simi. Warum bist du jetzt so komischer Hund? Ich lasse dich mir hier draußen. Nein. Bleib doch draußen. Fühlt sich. Ah, nein. Matthias? 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 Matthias hat jemand getötet. Matthias was? Ich hab Matthias ähm. Ja, Schaf. Ich hab jemand getötet. Was geht mit dir? Simi hat jemand getötet. Simi ist Traitor. Was? Matthias lebt wieder. Matthias lebt wieder. Moment. Matthias und Simi sind Traitor. Und Kevin wurde gerade getötet. Von Simi und Matthias. Schätzelei. Ja. Hallo. Du kannst einem so dermaßen auf die Eier gehen, das ist... Also Kevin ist tot. Du hast recht, ja. Oh, höre ich da ein... Mi, mi, mi? Was ist denn, wie viel es geht? Ein Hund? Ja. Du tödst ihn. Er ist Traitor. Nein, er ist Traitor. Oh. Glaubt der Frau kein Wort. Ist Scharf Traitor? Ne, Scharf ist nicht Traitor. Simi ist Traitor. Ich weiß nicht, ob sie sie ist oder nicht, aber... Und Monkey ist Traitor. Monkey ist es definitiv. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. So, erstmal hier in den Kühlschrank gucken. Mhhh, lecker. Ein bisschen Butter, ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Milch. Hände waschen. No, now wash your hands. Kann man hier das... Bist du getrunken? Ne. Oh. Ja dann. Wer lebt noch? Hallo? Scharf? Die lebt sicher noch irgendwo. Simi, du lebst noch. Ja. Wer haben wir sonst noch? Kevin, lebst du noch? Okay, Kevin lebt nicht. Tobi, lebst du noch? Tobi auch nicht? WTF? Sag mir nicht, dass du es auch bist. Monkey? Monkey? Ja. Du lebst also noch? Okay. Der ist Traitor. Monkey ist Traitor. Ja, aber Scharf hat gesagt, du bist Traitor. Und Scharf ist tot. Scharf hat aber viel Scheisse. Und Monkey wurde circa dreimal schon erwähnt. Ja, von dir. Ja, das könnte... Ach komm, welcher Arsch war der Traitor, der Scharf gekillt hat? Also ich war es nicht. Hey! Ja, sure. Monkey? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ja, sehr schön. Ich kann dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo ich bin. Nalle, wenn es sich beruhigt, 20 Leben hat es mir noch abgezogen. Ist dennoch uncool, dass du Scharf gekillt hast. Das hätte sogar ich für dich übernommen. Oh, du brustet. Na, du brustet. Oh, du brustet. Oh, du brustet. Oh, du brustet. Oh, scheiße. Oh, du brustet. Failed. Oh, du brust. Mr. Sandman. Nein, Simi ist tot. Es geht nicht, ich kann mich nicht umbringen. Wollen wir mal das Video von Schaf versauen? Das Video von Schaf versauen? Ja. Ist es nicht schon passiert? Nee, ich glaub noch nicht. Wie willst du das Video versauen? Ist das alles gut? Ich könnte was sagen, aber... Sag doch was. Oh, Simi, wirst du dich doch beleidigt heute? Ah, du gehst mir nur ein bisschen auf die Eier. Kleines monatiges Simi. Kevin, geh weg da! Kevin, geh weg da! Kevin, geh weg da! Oh, nein, 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 nein! Wow! Hey! Nalle! Was soll das? Sei froh, wenn ich Trailer jetzt einen Held zurückgekriegt. Ich hab hier einen Druiden. Tausend... Oh! Nalle, Alter! Hast du dir das mal angeguckt? Da stehen Preise dran. Aber alles dieselben. Wüsste ich. Da stehen aber keine Preise. Wüsste Preise? Ja. Ja, 1.995 Dollar. Ah, ja. Hey, da ist ein Buch. Da ist ein Buch und das kostet 1.995 Dollar. Der Hund? Jetzt? Nimmer. Was wird man? Was wird man? Okay, also scharf was nicht, Monkey was nicht. Was? Ich hab auf das Buch geschossen. Ich hab auf das Buch geschossen. Ich hab auf das Buch geschossen. Was wolltest du denn? Scharf, was hast du geschossen? Auf die Dings da. Guck mal, was hältst du von einem Bad Tomaten oder Mrs. Pickles? Nee. Geh mal weg da. Pickle. Mr. Sandman. Das geht nicht. Gimmie, Riems. Komm, Angie, wir kochen was. Ich hör Schüsse. Ja, ich will die Kräuter aus dem komischen Kasten. War ja nicht auch eine Traderfalle? Nee. Das geht auch nicht. Ein Fischkopf. Ey, du Fischkopf. Oh, der ist leer, der Kühlschrank. Wie lame. Aber hier! Wow, Droide. Droide. Ich hab Turbien deckt. Ja. Pass auf, Scharf. Wer ist denn das hier? Ja, da ist sie mir. Ich hab die Granate dagegen geschmissen. Kann man aus dem Fenster fallen? Weiß ich nicht. Was wird das hier? Willst du irgendwie was tun? Ich will dich einsperren eigentlich. Dann musst du zum Knast gehen. Hm. Verdammt. Oh mein Gott! Nein! Kleine. Fobi, bist du inno oder? Oder ähm? Innocent. Bist du sicher? Ja. Also unten links, da steht was du willst. Echt? Ja. Ich hab die ganze Zeit falsch geguckt. Ich hab mich die ganze Zeit auf die Tabelle geguckt, Bruder. Na! Ah! Ah, Timmy! Hast du dir was gelernt? Ah, da! Ja. Bist du denn innocent? Ja, ja. Ja. Ist das... Ist das rot oder grün? Hm, so ein bisschen beides. Bist Timmy. Hallo! Oh! Warum bist du hurt? Weil vorne am erstarrt eine Brandkanade. Du lügst. Ja, die Brandkanade habe ich auch abbekommen. Du lügst. Ich... Ich bin nur... Oh. Oh shit. Ähm. Ich wollte gerade fragen, wie ich hier identifiziere. Ja, leidlich. Mit E. Mit E. Ja. Alles klar. Ah. Kevin? Ich war verdächtig, oder? Ich... Ich wollte die ganze Zeit scharf töten, aber sie hat die ganze Zeit gesagt, ja... Nein, das geht nicht. Ich kann es nicht tun. Ja, bei mir kam gar nichts Fensterhaftes. Äh. Oh, kein Wunder. Verzieht's mir den Scheiß. Gibt's ja auch noch Munition? Oder? Hier gibt's massenweise Munition. Bring me a dream. Ja, aber nicht für meine Waffen. Boom, 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 boom. Ich bin hier nur... Ja, ebenso. Jetzt sehen wir das nicht alle immer. Ja. Grundsätzlich. Oh, Kevin ist Traitor! Was? Kevin ist Traitor? Okay. Wer ist Kevin? Das ist eine Lüge. Ja, Monkey hat gerade ein bisschen gefakt. Das hat man rausgehört. Achso. Na ne. So heiß ich. Das sollte man raushören. Achso. Ja. Jetzt raus. Wer ist denn jetzt nur? Wer ist überhaupt noch da? Ich hab gehört, ich bin Traitor. Du bist Traitor? Vielleicht. Baut sich leer. War das ernst gemeint, Nalle? Also da ich die ganze Zeit bei Nalle war, glaube ich nicht, dass er Traitor war. Okay, dann haben wir Monkey und Kevin. Monkey und Kevin. Monkey und Kevin? Monkey und Kevin? Monkey und Kevin, wie kommst du auf Monkey und Kevin? Wenn ihr zwei euch deckt... Wow! Nein! Nalle und... Ach, da bist du doch falsch mit einer Theorie gewesen, Simi. Hmmmm. Ich glaube, Simi... Simi war kein Traitor. Warum schießt der auf uns? Ich hab keine Ahnung. Oh! Oh! Was tut mir... Hä? Ich hab zwar eine Reaktion... Alles gut, ich... Heaven, es hat mir nicht leistet, dass wir uns weiterziehen. Ja, aber... Sie haben mich ja nicht ausreden lassen. Oh! Oh Gott, ey! Ich... Oh Gott, ey! Oh Gott, ey! Ob das tun... Es ist mal egal gewesen, wenn ich auf den Haufen kam! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube... Ich glaube, das wird heute doch nichts mehr mit... Meint... Äh, mit drei Traitern. Nee, das sieht nicht danach aus. Scheiße. Nicht mit den Luschen. Äh... Nalle? Ja? Bist du schon wieder Traitor? Ja, Nalle ist auch eine Lusche. Da hast du recht, Tobi. Okay. Für Spaß kommen die Kabine 5. Um 8 Uhr abends. Was? Was? Steht an den Telefonzellen. Das ist Kabine 5. Die Kabine 6. Nalle, geh weg von mir! Wer ist jetzt eigentlich ein Traitor? Nein! 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 Nope! Nein! 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 Ich war hinter Kevin her! Ich vertraue dir mal! Ich hab mich grad abgehängt! Das ist schon gut zu! Du bist bei mir deswegen! Ich suche jetzt Kabine 5! Ich bin ein Ninja! Wir sind zwar eine Stunde um Verzögerung, aber wir könnten noch Spaß abkriegen. Okay! Dann, dann, dann... Wo ist Kabine 8? Haben wir jetzt Spaß in Kabine 5? Hä? Ich dachte 8? Ne, um 8! Das hier ist Stuff Only! For Fun kam... ...Cabine 5 at 8 PM! Wo ist Kabine 5? Such mal jetzt! Ich hab Kabine 3! Hier ist ein Androider! Das ist ein Kevin, pass auf, der schießt dich! Ja, und da ist noch ein Hundekopf hinter ihm! Der ist auch nicht besser! Super! Geht so! Ey, doch hör doch mal! signatures! Ich krieg Angst! Ich krieg Angst!! Das ist Kabine! Ich hab Kabine 2, Kabine 3. Ich hab Kabine 1. Ich auch! 2! T centered革 auch noch mehr recompt! Hier gibt's keine Kabine für mich. Was macht ihr denn da? Geht die weg. Nur es geht alle rein in die Dünche und habt auch Spaß. Oh oh. Schaff ich wie denn? Hier gibt's sogar ein Krankenzimmer und einen Augenarzt. Ja. Das ist anders. Sehen? Und Psychiater gibt's ja auch noch. Wie lange wollen die auf dem Schiff bleiben? Lange. Kreuzfahrtschiff. Aber da brauchen wir doch keinen Psychiater auf dem Kreuzfahrtschiff. Tja, wenn die mit so einer Truppe unterwegs sind wie wir vielleicht schon. Warte Leute. Ich lasse den Duroiden nicht durch. Der Rest, der Rest, du kannst durchfährt hier. Danke. Ich krieg Angst hier. Nalle ist schon wieder. 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 Monkey. Okay Monkey oder Nalle sind gerade gestorben. Nalle lebt noch. Nalle lebt noch. Jetzt red ich wieder, du Fanon. Was willst du tun? Ich kauf mir ein Wurstbrot. Ich kauf mir ein Wurstbrot. Ich kauf mir ein Wurstbrot. Wo seid ihr? Wo? Das ist doch Matthias. Gute Frage. Warum zustimmig? Ich wollte mir jetzt gerade aus dem Zigarettenautomaten Zigaretten holen, weil ich dachte mir so, ich hab keinen Bock auf den Scheiß, ich fange jetzt an zu rauchen oder so. Warum zustimmig Kevin? Weil du Traitor bist. Ja klar. Ja klar. Penner! Penner! Er hat mich geschossen. Kevin? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Da ist das sicher. Kevin hat schon gerade auf mich geschossen. Nalle? Hey, estou sent man... Ich verlaufen mich die ganze Zeit auf dem Dreckschiff. Hallo Nalle. Hallo. Is hier. Hallo Silo. Drei. Vor allem wie oft das jetzt hier zum zwei und drei geht. Hey, die ist! So oft zum zwei und drei. Die w크 ich verlaufen natürlich die ganze Zeit auf dem Scheißschiff? Halt Schappen, bin ich hier! Ich trau dir nicht, du schießt mich doch gleich von hinten. Nein, das würde ich nie tun. Mhm, genau. Oh, Monkey, weiß ich nicht. Darf ich erst Simi erschießen, bevor du mich erschießt, bitte? Was ist das? Das ist Zigarettenautomat. Ich hab dich schon wieder verloren. Ah Gott, wo bist du schon wieder? Ich hab mich verlaufen, ne? Hilfe, helf mir doch. Entkommen. Du bist wieder für die ganze Zeit im Kreis hier. Kevin, lebst du noch? Nein, tut er nicht. Ich bin schon wieder hier bei dem scheiß Klavier. Stirb, stirb! Jetzt bin ich wieder... Oh Gott, ich lauf immer dieselbe Strecke ab. Gibt's einen Aufzug? Ne. Danke, du lässt mich erschießen sein, als du die Gelegenheit dazu hattest. Warum sollte ich erschießen? Ich weiß nicht. Wenn ich dich jetzt nicht erschieße. Warum sollst du mich erschießen? Ich hab doch nichts getan. Vielleicht, weil ich Traitor will. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ne. Wenn ich jetzt rausfuhren bin... Ich weiss nicht. ein kleines misstück sagt doch der zwischen schießen sollen langsam aber auf die letzte runde jetzt scharf erschossen wenn kevin nichts gesagt hat etwa